Deutsche Pokal, Dienstag, 29. Oktober, 18.30 Uhr, Saarbrücken gegen RCFC Köln, 3 zu 2, rausgeflogen von RCFC Köln, leider, aber beides sehr sehr starker Gegner. Daniel Piz, Christoph Herr, Schorisch, Bune Urfrau, Antoni, Brilla, Manuel Zeitels, Fanol, Brediay, Kirchanis, Fröse, Josef, Funkudia, Gilian, Jörg, Scherch, Sebastian, Jakob, Tobias Jink, He, Timo Horn, Beno Schmitz, Jonas Hector, Jörg, 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 Burknav, Noah, Kattenbach, Markel, Chrissé, Dominic, Kaxleach, Elise, Sanchi, John Gortobawa, Antoni Modesti, Uhrzeit, 13.57 Uhr. für mich zu vertreten.